Willkommen zu einer neuen Runde und wir sind schon mitten im Geschäft und ich habe noch ein kleines bisschen was umgestellt, das sich lustig auswirken könnte. Ich habe jetzt nämlich beide meiner Bots invertiert. Äh, Ziege? Ich spiele bis zur Pfanne, keine Sorge. Klar. Obwohl das keinen Sinn macht, man verliert so viele Punkte. Aber mir ist eigentlich egal. Da kann ich jetzt leider nichts mehr machen. Ja, super. Da hat er den Wallhack. Ja, Wallhack okay. Hey okay, keine Kollision mit Punkten. Bist du jetzt Pfanne? Sehe. Idiot. Ich hasse dich. Ich hasse dich so. Das ist wieder normal. Okay. Nein, verlau. Das war wieder ein Penis. Das ist eine Schlange. Danke. Das ist der Ziege. Das ist was lustiges. Die Wände sind deaktiviert. Irgendwas? Achso, weiter. Ja. Entschuldigung, das geht nicht anders. Du bist ja auch nicht besser. Ja, ich habe ja schon geworfen. Das wäre klar. Ein Punkt mehr, oder? Es kann nicht doch was passieren, wenn du nicht stirbst. So vergleichsweise natürlich, aber jetzt habe ich es nicht gekriegt. Ah, ja. Wie kann man so ein Spiel nur so viel Spaß haben, die Antwort ist. Weil es der Ziege rosa ist. Das ist der Pfanne. Das ist der Pfanne. Noch langsamer. Schau doch mal ab. Oh, schau dir mal. Das ist da drüben. Ja. Sammel es ruhig ein. Ich bin gewappnet. So, jetzt sind wir schon mal fettig. Was ist das? Was ist das? Was? Müsst du mich verarschen? Ah, wie gut. Nein, 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 nein. Oh, okay. Jetzt komm, was soll es sein? Ein bisschen abnehmen, oder? Ja, das stimmt mir wahrscheinlich zu. Da konnte man nichts mehr machen, ich müsste aus, oder? Was? Yes. Leck mir aber ab und rein. So, ich bin wieder stark hinten. Da habe ich's gehört. Mr. Ziege hat 11 Punkte. Mr. Ziege ist eine Ziege. Oh. Ich hab ja noch Leute. Nein, ich hab keine Leute mehr. Oh. Jetzt ist Mr. Pfanne vor mir. Die Ziege holt mich rein. Warte, vielleicht schaffe ich das ja. Ich bin jetzt mal wieder Mr. Ziege. Ich fühle mich geehrt. Wenn man lange in die Richtung gerade gerät. So ein Arsch. Nein. Geohnt. 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 So hole ich dich nicht ein. Ich hab's gesehen. Zum Beispiel ich war bester Pfannenwarte. Wisch einfach nicht. Du wirst nicht Ziege geben auf die Pfanne. Nein. Das ist alles trash. Das ist der Worte. Das ist wieder für mich auch der. Oh, oh. No Piercing. Ich weiß nicht wie lang das bringt. Ah, das sind große Beine. Sehr gut. Nein, das ist vorbei. Nein. Nein. Marisch. Ich glaube ich sollte nicht zu dir schreien, aber... Ich hab's aber auch. Ähm, früh am Morgen. Wir merken Sirene dröhnt. Leute, Leute, Leute. Ich mag diesen Brolle. Aber er ist gleich vorbei. Oh. Ja. Jetzt mal in Slow. Fett in Slow. Da kommen wir nicht drunter. Das ist mal knapp. Wie meinst du jetzt im Ernst, dass ich da lang fahre? Was macht dieses Power-Up, das Blaue? Du bist so ein Arsch. Arsch. Wie gut. Wo ist die Beine ein? Ich hab halt Aim. Ja, ja. Cool. Manche Leute haben Aim bei Tetris. Da hast du recht. Yes. Jetzt hab ich dich eingeholt. Ich hab zwei gehabt, die mich die steuerndetikanten haben. Es ist eingeholt. Ja. Jetzt muss ich dich treffen. Ich hab nur gewartet, dass du aufgeholt hast und du stolz sein kannst und deinen Kindern was du erzählen kannst. Ja, ja. Okay. Auf jeden Fall. Ganz alt. Nicht nur dem Zug. Was ist das eigentlich? Ah, no walls. Soll ich das tun, man? Ich hab einen Pimmel gemacht. Oh, jetzt haben wir gleich viele Punkte. Schnellen sie ihre Großmutter fest, das wird immer spannender. Ey, wir werden immer mehr spannen. Ich hab einen Pimmel gemacht. Du bist so ein Arsch. 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 Nein, wieso ist der hängen geblieben? Arsch. 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 Die anderen holen Mr. Funnel. Jetzt hast du einen Punkt mehr wie ich, jetzt muss ich den Orangstool töten. Arsch. Dann sind wir auch besser, wie Mr. Funnel. Hast du bei dir eigentlich auch welche auf invertieren gestellt? Oder auf? Nee, ich hab alle gleich. Ja, so ich mir jetzt mal nicht. gut, man könnte sie auch inventieren nein, viel zu tun zu spät gemerkt, jetzt entscheidet sich's aber ich glaub, wenn wir beide über 50 haben, dann gewinnt der, der mehr hat also, ja, jetzt entscheidet sich's also, wenn's will ich nicht bin dumm was? also, da schallt die Steuerung da aus, oder wie? ich hab auch gewonnen hey yes, bitches, tschuldigung ich darf euch was anmerken? ja ich hab zuerst in bester Pfanne gespielt, dann in bester Siege das heißt dich mag keiner tschüss, bis zur nächsten Aufnahme von Let's Play wie ist das teils? ich hab dich, ich mag dich auch, genau zum nächsten Mal von Curve Fieber